Hallo und Willkommen zu Megamans Mansion für die Xbox. Okay, das war... Quasi, verstehen Sie? Ja. Wir spielen nun Resident Hound Evil 2. 3. Was? Hound Evil? 7. Hound Evil. Ich darf keine Werbung hier bringen. Was ist das denn? Ja, ich habe keine Ahnung. Hound Evil für die X-Backs. X-Backs, ja. X-Backs. Sag doch gleich für das Farming Gun. Nein, das ist eine Währung. Und das hat doch irgendwie eben fast nie wieder gekauft worden. Okay. Äh, oh Gott, was gibt es noch? X-Backs. Die Polybox. Eine nie veröffentlichte... Ein nie veröffentlichter Spielautomat. Der Visual Boy, das wohl erfolgreichste Stück Scheiße, das jemals entwickelt wurde. Das war's, um deine Musiker an, auch zu bessern. Und das ignoriert er natürlich einfach gekommen. Ja, ich musste mich gerade auf den Weg konzentrieren. Und dann sag nochmal... Death Fire. Oh, ich bin Todesfeier. Oh, es ist so gut. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest. Hier sind Wassergegner. Hehehe. Tschö. Beziehungsweise Eis. Aber... Nee. Es zählt mit... zu Wasser? Eis? Wasser? Nee. Wasser. In dem Spiel zählt Eis zu Wasser. Alles klar. Dann tue ich mich mal style changen. Weil der geht... Das Spiel geht so von der Logik, glaube ich, aus, dass die von jeder normalen Spiellogik ausgehen, außer von Pokémon. Weil bei Pokémon ist Eis natürlich nicht mehr Wasser. Was ich... Was ich nie begriffen habe. Übrigens, bei Spyro auch nicht. Spyro ist eh scheiße. Hallo, Spyro ist meine Lieblingsspielreihe. Nee, Mega... Nee, Mega Man. Mega... Spyro ist doof. Spyro. Spyro, Spyro. Jetzt tust du mich aber sehr kränken damit. Ja, ich weiß. Niiiihihi. Das finde ich gar nicht witzig, Ruxus. Endes vorderen. Doch nicht. Und stirbst du, 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 nein, du stirbst natürlich, nee, du... Sieht so aus, als ob ich sterbe. Ja, vorhin, tausendmal. Ja, da hast du recht. Und dann hast du als Trostpress immer wieder Satelliten bekommen. Hör mir bloß auf, mit den Satelliten. Ah, hi, hast du Satelliten für mich, bin nett, jeder Wut. Ohohohohohohohohohohh Okay, geht. Burm... Hahahaha Wir haben Revenge, Elec-Blade, Elec-The-Sword and Max-Sword, Sucus, Vollkastion. Das ist doch cool. Das fände ich einen supergeilen Chip, aber natürlich verspringst du das und kaufst lieber HP. Ich hab kein Geld. Ja, weil du HP Memory gekauft hast, du dummes Stück. Das ist mir wichtiger. Es war eine Falle. It's a trap! Dir das Leben immer wichtiger, obwohl du überhaupt keine Ahnung hast, wie du dieses Leben benutzen willst. Toch, eine Teilung. Das ist ein Problem. Alter, du spielst von mir, von mir. Die interessanten Chips, die lässt du einfach liegen. Ja, weil Chips kosten Platz. HP nicht. Naja, das mag vielleicht sein, aber HP kriegst du nur 10 mehr, aber trotzdem machen dir Gegner die 80 Schaden. 20 krieg ich mehr. Also was, aber trotzdem. Wie kriegst du von den Gegner 80 Schaden? Man, das ist einfach mal für 1x60. Und das ist nicht unbedingt gerade viel wenig, wenn ich spielen. Diese Xbox ist üblich. Ziemlich staubig. Wieso? Lauter Viren. Ach. Entschuldigung. EXPEX! 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 So wird dann die Xbox 5 heißen. Ne, EXPEX! Schauen Sie sich jetzt. Die EXPEX! Total überhaupt nicht für Online-Zustände geeignet, weil die anderen ja voll der Reifall war, weil wir da voll den Online-Modus reingemacht haben. EXPEX! Ja. Mit dem Spiel. Sonic Backs 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 Sonic Backs Backs Sonic Backs Backs Expectations Backs Wer das 5 mal wiederholen kann der ist gut Backs 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 Schon verkackt Schagelagelagelagel Übrigens, ich auch Aber ist das ein Wunder? NEIN! NIE! Du kriegst 400 Singles Können wir blau eigentlich kaputtisieren? Ja, blau war die normale Blablablbl Ach doch nicht Das war ja das Weiße, das normal war Stimmt, Weiß war Weiß Ja Du musst Weiß sein, aber du bist nicht weiß, du bist blau Voll der Rassus Du musst dein Schwein sein auf dieser Welt Jetzt kommt noch ne Etage dazu, grün Ach du liebe Zeit Halt, blau ist blau Da ist was blaues, das will ich haben Blablabla 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 Genau Ich will noch ne Defi oder Null Ich will wieder so ne Null Jets feuert der ja, hab ich gar nicht mitgekriegt h s freut und um tout fall nehmen aber hat sich Deiner疲malmrung, Александр. Mein Gott, der steht schon so scheiße. Ach Gott. Eigentlich sollten sie mir ja auch mundende Worte zäh... Och neaaaaa! Jetzt hättest du ein Satellit gebrauchen können, ne? Nein! Oh Gott... Wie wenig... ja so wirst du sogar sehr warum benutzt du einfach nicht Knitterman um einen sofort in den Down zu machen ja die machen ja die Kreuz aber ich mach den jetzt so Blob ja typ Blob immer so so einer ist dauernd so und jetzt kommt der nächste siehst du das ist auch voll egal siehst du wie kacke die sind äh kacke sind sie du merkst das noch nicht einmal weißt du mich so scheiße nicht du hättest grad vorher noch nach oben gehen können du hättest jetzt wieder nach oben gehen können jetzt hättest du es genau das hättest du machen können das hast du auch gemacht du hättest gut schnipp schnaps richtig richtig so wir kriegen 500 1000 Euro so und HP Memory yay ja das würde ich das vorhin gar nicht kaufen müssen doch doch jetzt habe ich nämlich 740 Sonst hätte ich das immer 20 jetzt kannst du die Kämpfe nochmal 5.000 mal verlieren richtig ah ne das ging ja kaputt dann ja auf die ziemlich hilarious des Devices die es gibt so will ich dich so will ich dich was denn nix du hast grad voll kann er nur verweilt hatte ich grad ziemlich amüsant die Nadel achso jetzt komm ich und jetzt will ich mal sehen wie du dich heilst freundchen wiederbelebung phoenix jetzt jetzt macht er 60 schaden der poplar schön toll dass jetzt jemand speichern stimmt so weil du wieder Game Over wegierst sonst aber ich bin der Dealer das servus dann hier der 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 achso der Gegner heißt 0 ja Ja, ich achte auf sowas nicht! Ich glaube, das steht einfach nur für die Bezeichnung, die dieser Gegner gerade an den Spieler gerade ermittelt hat. Dass eine totale Null ist. Apropos Null, ich komm nicht durch. Ja, Nullweg quasi. Achso, der lässt mich ja durch. Ich weiß, es tut weh. Du musst es durchhalten, Roxas. Halte durch. Ich seh nicht. Es ist ein Truck. Und wie ich den gerade fertig mache. Der pessimist, so dumm, beherrter Optimus. Ich sehe ein Licht am Ende des Tourists, der Realist. Ach, ist das Bezug? Nyewooow. Ha. So. Gut, da hinten ist noch was. Lass mich nicht raten, Virus. Nee, 2000. Alles klar. 2000 Teddy, das Ganze wird Zitz live! Du bist nicht bereit. So, Katti? Jups. Darauf habe ich gewartet. Link, Link, Link. Ja, ich habe noch weiter. Ja, das sind natürlich wieder vollkommen gut gemacht, alle. Nicht gar nicht. Ich bin da, Schau. Nein, 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 Hör... So, SONIN mensch, hörr! Blum, blum! Let's go! Oww Ich hab die andere Liebundin gekauft, ich hab die Liebundinkel. Wow. Gut. Ha! Eww! Eww! Hey, ich hab nach oben gedrückt, mal wieder. Mal wieder. Mal wieder, ja. GAY MAN. GAY MAN. Also, einer ist schon mal down. Oh, scheiße. Oder hat er die Speed-Taste gemacht? Reinigt ihn, stockt ihn aus. Toastmann. Hat schon wieder Toastmann. Piu. Puh. GUUUUUUUUT. 460 Pfennig. 460 Pfennig, hm? Fair. Fast schon 4,40. Hoch oder rechts? Hoch oder rechts. Geh diagonal. Okay, hoch rechts. Alles klar. Leider, siehst du, solltest mir öfter vertraut. 10.000 Bennys, kannst du mir das drücken und hab den einfach gekauft, den du nicht brauchst. Genau. Okay, könnte ich theoretisch machen. Rein praktisch solltest du dir lieber die Chips kaufen. Richtig. Aber wir werden da sowieso noch mal, denk ich mal, vorbeikommen. Nein, nie wieder. Das hast du im ersten Teil auch gesagt, und wir sind da wahrscheinlich öfters vorbeigeben bei dem Landsealer und dann sind wir nie wieder an dem vorbeigelaufen. Und dann hast du dich gewonnen, warum wir keine Angriffen, äh Chips haben. Boah. 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 Aber es ist ja der unter Square, wir müssen ja zum Unternetz. Sorg mal für Unterhaltung. Ne, andersrum. Oh Gott. Dann sorg mal für Unterhaltung. Erinnert mich irgendwie an den Innen-Pokémon-Virus bei Rot und Blau. Missing Nito. Missing Number. Missing Nito. Missing Number. Fick dich. Ich musste den ja hier bekämpfen, Level 99 Typus Ultra. This is, hey have you before. Naja, wir haben uns schon mal getroffen. Hallo. Boah. Ich weiß nicht. Gebe die Information über den Stau, Terry. Werden Sie kaufen? Yes. Hey, hey, danke schön. Okay, jetzt die Info. Du bist doof. Okay. Ich muss ja sagen, wir haben die Info. Okay. Das ist so. Das ist so. Wie ist das? Oh, wie ist das? Okay. vaaaa er wird zum Super Saiyajin odd hier nochmal lolololololololololololol hier Ist wahrscheinlich nicht das Secret Bob das ist das nicht so Secret Bob ёлt Euler Schweder, Iron Beer wundervoll Ich suche Tötungsauftrag Das ist sozusagen Killer-Book. Ja. Geh zurück zum regulären Netz, bevor du stirbst. So. Der Dealer. Ich bin netter Dealer, ich geb dir HP Memories, Preis von 5000. Mac-Line, Lava-Line, Ice-Line, Gras-Line, Shit-Line. Okay, jetzt haben wir alle Elementare da. Ah, schön. Yes, Ice-Line, Subtives, Untrap. Achso. It's a trap. Nein. Hä, wer sagt denn mir denn das Passwort, ey? Das Passwort lautet 5. Ist klar, ne? Hm. Da hatte ich gerade 10.000, äh, Zennis gemobst. Nur mal so. Du hast es einfach... Nein, der hat mir ja was verraten, aber... But I can't do a thing alone, I don't wanna give it my gospel. I'm a gospel, I cry if you wanna manage a... Kann es sein, dass das das Passwort ist? A-bo-a-boa-a-boa-ar-boa-ar-ar. Aber... Stimmt, stimmt, das ist das Passwort. The Navi who knows the keyword is in NetSquare, I guess. Ah. Okay. Wir verlassen mal. Du solltest vielleicht die Messages lesen. Moment, was? NetSquare? Wieso auf einmal NetSquare? Achso, der... Ah, jetzt verstehe ich. Der hat mir verraten, dass... Achso. Hm, ja, dann ist ja alles klar. So, dann loggen wir uns aus. Dann loggen wir uns ein. Also, der Zehntausender-Typ hier hat uns nämlich gerade verraten, dass der Passwort-Träger in NetSquare ist. Na? Gut. Äh... Du gehst irgendwie, glaube ich, so ein bisschen über deine Zeit hinaus, mal wieder. Nein, nein. Nein, nein? Noch nicht. Noch nicht? Okay, das müssten gerade vielleicht 20 Minuten sein. Mhm. Soll ich dir gerade malen, sind normalerweise deine Folgen länger. Aber du hältst ja eh nix ein. Das ist auch richtig. Gut. Na gut, bevor der Roxas mich wieder anzeigen wird... Yay! Das war schwarz, ich sag's euch. Ja, ja. Äh, werde ich nach dem Kampf ja gleich die Folge beenden. Nicht A enden, sondern B enden. Ja. Ganz genau. Klub! Und er wird natürlich nicht davon getroffen. Haha. Nuuuubisch. Was? Nubisch? Nubisch. Ist die neue Fremdsprache. X-Bex. 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 Okay, mit der... Mit der X-Bex abschillen wir uns. Gut, Freunde. Drück dich auf den Save. Was? Save. Ich save' er doch schon. Save. Aber, Freunde, bis zum nächsten Part und ciao. Tschüss. Was ist ein Schutos zu symbolisch anской RadALK��� 왕 haha so eingestet soYesst season? 氣. Amitแ paar Ich schla within das Snapchat? Was ist das denn longest? Was ich verチяли?